Michaels Friemelein auf SR3 Saarlandwelle. Michael Friemel hat die Gruppe verlassen. Damit gelten sie schlagartig als Arsch. So was macht man nicht. Trotzdem mache ich es regelmäßig. Immer dann, wenn ich gerade mal wieder zu einer Gruppe hinzugefügt wurde. Ich bin bei WhatsApp nur in einer Gruppe Mitglied. Die Wetterdudes. Da schreiben Selina Fries, André Werner und ich uns, wenn einer von uns spontan seinen Wettermoderationsdienst am Abend im SR-Fernsehen nicht machen kann und Ersatz sucht. Aber das war es auch schon. Keine Familiengruppen, keine Vereinsgruppe, keine Klassengruppe. Wer was von mir will, der soll sich bei mir alleine melden. Ich ertrage keine unnötigen Bings. Andauernd Bing. Nur weil irgendjemand von 38 Gruppenmitgliedern mitteilen muss, dass er am nächsten Sonntag keine Zeit zum Wandern hat. Wobei, das würde ich ja noch ertragen. Dass dann aber diese 38 anderen, einer nach dem anderen, okay oder kein Problem schreiben. Bing, 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 Bing. Das geht mir sowas von am Krummbeersack vorbei. Ich brauche auch keine Herrenwitze. Die google ich mir selber, wenn mir danach ist. Was die Kleinen in Mathe aufhaben, würde ich mich ja noch fragen lassen. Dass aber dann alle Eltern der Reihe nach die gleiche Aufgabennummer im Buch schicken, nur um sich selbst auch ein Fleißkärtchen zu verdienen, das brauche ich dann wieder nicht. Die meisten haben offenbar Vorbehalte, eine Gruppe zu verlassen. Aus Angst, als unkameradschaftlich zu gelten. Damit bin ich durch. Lieber weniger Bing, aber dafür mehr Ruhe. So wie jetzt. Tschüss. Michael Friemel hat die Gruppe verlassen. Michaels Friemel ein. Jede Woche neu auf SR3 Saarlandwelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.